Was hat er gesagt? Ich wollte Simson, aber Mom hat gesagt, dass er alles ist. Simson? Weswegen? Aber dann hat Barry gesagt, dass ich sonst hätte ich nicht sagen. Ich bin jetzt von Barry die Ratsche gerüstig. Was willst du mir denn sagen? Dass ich nicht mehr mitkommen, Dada. Ich bin mit Barry und Mama zu Behandeln. Nein, nein. Hi!